Geil. Welcher Sack wählt denn diese Scheiß-Nacht-Maps immer? Oh, nee. Hutz? Ja, so ein Crash aber auch. Es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich so. So, Graveganstellungen, Lichtqualität runter, disabled, Bildschirmhelligkeit mach ich jetzt nicht, war beim letzten Master meine Aufnahme abgestürzt. Ich weiß, was ich im Bildschirm ausgestellt habe. Ja, Schiff, ähm, Stormbreaker Gallion, okay. Würde ich jetzt, äh, die Stormbreaker ist relativ schnell, also einer von uns sollte zu einem schnelleren Schiff wechseln, ich würde eher sagen, eher, weil er hat diese Judgement. Die sind mal zacken krasser als unsere Magnite. Also, die haben halt jetzt eine Stormbreaker dabei, das heißt, einer von uns sollte eigentlich zu etwas leichterem wechseln. oder wir bringen ja auch viele Watchers mit und Outgun, ja. Wir können auch Triple Art nehmen, theoretisch auf einer Junker. Ja. Also, wenn wir unser Artemis treffen, dann die Stormbreaker relativ langsam werden. Äh, dann müssen wir halt rausgesetzt zu treffen. Genau. Ob OBS auch ein Darksteam hat? Bestimmt. Natürlich. Ob ich das während der Aufnahme umschalten kann? Ja. Wo finde ich denn das jetzt? Was? OBS? Ja. Öhm. Open Broadcasters. Wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ich... Ich... Ich habe das letzte Mal eingesetzt, aber ich dachte eigentlich, es wäre schon dunkel gewesen, aber... Ich kann mich auch täuschen. Evermases Hell. Egal. Okay, jetzt haben die einen Junker. Doppelmerk. Na, geil. Wäre ich zu gerne drauf stehen, das ist vor der... Die Schokoladen-Axt. Hahaha. 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 Geil. Der Typ gefällt mir. Alter. Der hat sich beide Bridges angesehen. Ich glaube es nicht. Hahaha. Ist das so ein übelster Insider? Ähm. Das ist... Ungefähr so Insider, dass du erstens den Anime gehst und dann dazu die Parodie. Nice. Hahaha. Hahaha. Das heißt, der hat das sicherlich auch über meinen... Mein Schiffsnamen. Ähm. Vorher. Von meiner Pyra. Ah. The Chocolate Axe. Hahaha. Scheiße. Okay. Ähm. Fuck. Wie nenne ich das Schiff jetzt? Womengate. Ne 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 ne. Achtung Jens, die gehen close rank. Ich würde... Ich würde auf jeden Fall mehr so... Kill-Zeug mitnehmen. Vielleicht das Ebel. Ich glaube die Lumber wird uns hier nicht helfen. Lumber wird nicht helfen. Lumber hilft immer. Ähm. Packt man auch statt der Lumberjack schnell ne... Eine was? Ich hab doch schon ein Schiff mit dem Namen, dachte ich. Ah, okay, ready. Ach, sogar noch Erster. Wir müssen nur sicher gehen, dass wir die auf dem Hinweg genug damage haben. Stormbreaker ist leichtes Ziel theoretisch. Crusader eigentlich auch, weil wir die Mercuries haben. Dann müssten wir seine Vollrechte schnell gehen. Leute, ich schreib nicht umsonst, oder die in den Chat, ne? Was ist das denn noch Geld? Achso. Ja, natürlich. Stimmt, jetzt ist auch die Season vorbei. Da muss ich ja wieder so eine übelste Ankündigung schreiben, von wegen, boah, voll krass, die fünf Dudes haben es geschafft. Lichtqualität. Okay, man sieht echt nichts. Ja, wie gesagt, mach die Light Quality aus. Lotte options. Ähm, was? Light Quality? Ja, Lightning oder so heißt das, glaub ich. Ist es nicht Post-Processing, was du meinst? Ja, das ist sowieso. Achso, das ist klar. Und Film-Crane-Effekt. Aber Light? Äh, mit mir gar nichts. Mit mir auch nicht. So, ne. Ich hab's mal angemacht. Oder was was anderes? Shadows waren's auch nicht. Ich glaub dann war's tatsächlich nur Post-Processing. Ich habe aus Versehen auf den Linksfall bei Textures gestattet, das lädt mein Spiel. Okay, also wo darf es hingehen? Zu unserem Alley. Zum Sieg. Zum Sieg. Wo ist denn der? Auf, meine Kameraden. Auf, zum fröhlichen Wanderen. Ja, wandern nicht an. Wir sind schon gespottet, auch schön. Wow, ich sehe halt schwarz. Und wir sind nicht mehr gespottet. Cool. Zumindest hat man das Spiel gerade eben, ja das Spiel hat gerade eben behauptet, wir hätten den Spot geshaken. Per Achievement oder was? Ja, ja, ja. Ach, da ist ein Laser, das ist natürlich praktisch. Nette Leitschau hier draußen. Oh, da ist eine Hülle da. Irgendwie einen schwarzen Plus. Ah lol, da. Weiß er nicht. Der kommt von hierher. Wie geil. Der Laser lässt es einfach nicht hierher schaffen. Aber so nach so, nach so 300 Metern North, ausgeh. Dass er so Licht an sich hat, dass es plötzlich weg ist. Ja. Ist doch Logo. Ja, ja. Aber ich hab wirklich sehen was. Ich hab's gespottet. Ja, die Laser kommen... Ne, die kommen nicht mehr, ne? Ne. Wissen die, dass die dich treffen, oder? Ja. 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 Nicht mehr ansatzweise. Dann bist du. Du bist? Was? Das ging jetzt interessant schnell. Es hat Stormbreaker, ne? Ist durch. Ja, weil du dich getroffen hab und das läuft hier gut gegangen ist. Okay, ja. Ich mein sonst ja, aber jetzt bei der Dunkelheit versteh ich's. Oh geil, die Ehr nimmt sich mal meine Kanone her. Ja, doch mal anschaffen. Achtung! Laser, Achtung! Laser, Achtung! Warte, da trifft jetzt auch mal der Laser. Ja, jetzt trifft er. Theoretisch. Au, 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 au! Okay, andere Seite. Andere? Da hab ich nichts dagegen gekriegt. Oh, hat sie verliebt! Ja, Alive. Hat ihn gekriegt. Und da ist auch der Nächste. Ich geh mit der Andere Seite. Oh, ich hab getroffen. Oh, das Ding sieht aus, als wär's ein Stück. Ach, der ist hinterm Gebäude. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Was ist denn durchs Gebäude? Ich geh drauf. Ey, dann ist der Nächste. Nee, der musste doch nicht vorgewählt sein. Bye. Hiiii. Was denn getroffen haben wir vor davon? Vor davon. Warum schreib ich das eigentlich mit Z? Mit S geschrieben. Warte, du willst doch hip sein. Mach doch die coolen Kids. Laser. I'm a fire. Raid so. Mit O muss dann, ne? Nicht mit E, sondern mit O. Ich bin der Laser. Mit E. Hey. Hey, das war der Laser. Und da trifft's doch gar. Ach, du siehst vor allem übelst gut, wie die erst übelst dick sind und rot und dann so, je mehr sie fokussieren, umso dünner und heller Witterstrahl. Ich hab's jetzt noch nicht so draufgeachtet. Ich auch. Geil. Die bleiben halt auf dem Motten-Lol-Höbel-Break, ja. Die bleiben halt stehen. Da hab ich ja auch schon scheiße. Ich kann sie nicht spotten, aber die sind nur ein Stück weit höher, als wo du da grad... ja. Äh, sie hat nix da. Der Marker ist echt da, ich weiß nicht, wo ich hinschießen muss. Kannst du als Captain vielleicht markieren? Irgendwo so rumklicken und dann hast du den... Moment, ich muss kurz den Roger ausweichen. Ah, da ist er. Ja gut, wenn er schießt, dann kann er... Ja genau, ansonsten könnte ich den überhaupt nicht... Oh, da rechts ist was besseres. Soll ich wenden, oder? Ne, erstmal so. Weil die ist total abgewendet von uns. Äh, Lucky, rechts, rechts, schau mal rechts. Äh, da. Ups. Jo. Erst, das war kein Hit. Beschwimmen. Verarsch. So, die Crusader kommt uns nach rein. Okay, der hat den Hurlbreak. Die Stormbreaker. Sie verfehlt! Was? Aber der auf die Chugel gedreht hat. Ich dreh sie ruhig mal weg. Schuss. 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 Guck mal, da ist der Rücken. BOMB! Schuss. Alter, diese Explosionsabrecher sind. So, wo ist... Da. Siehst du halt nur wenn du reinzoomst. Ja... Und nicht drin. Ah, in der Berg, oder? Ja. Bitte was? Ja, könnt ihr mal ein bisschen ruhig sein. Jiros hat gerade versucht mit mir zu sprechen. Ja, chill. Wir können nicht höher. Ja, er macht das schon. Bring die Altitude down, please. Also der eine Typ sagt hoch, der andere runter. So, dann zerbricht der Schiff. Ich hab uns noch mal ein bisschen repositioniert. Ja genau, wenn du jetzt W und S gleichzeitig drückst, dann müsste das Schiff eigentlich zerbrechen. Krack! Krack! Kriegt dann zwar das Steuerhaut? Ja, da vorne ist was. Da seh ich immer nur dieses helle Segel. Ja. Ach, scheiß Dreck. Krack! Es gibt ja diesen Hell-Mode in PvE. Im PvP ist das einfach Post-Processing an Macht auf der Nachtmap. Die Crusader kommt nicht auf uns zu. Ich drehe euch mal auf die Crusader, oder? Oh, okay. Die kommt sowieso, oder? Sollen wir sie doch mal wegdrehen. Oh, da war dann der, ja. Oh, hallo Berg. Ja ne, Baum. Noch ist es nur der Baum. Das heißt, die Stormbreaker war jetzt tot, oder was? Das heißt, die Stormbreaker war jetzt tot, oder was? Interessant. Dieses Match hat die Toten-Moral eindeutig gehoben. Jetzt kann ich wieder Licht anziehen. Ja. Hey, zwei Kills. Einmal hin. Oh, ich hab schon den nächsten Namen im Kopf. Oh, ich hab schon den Bild. Oh, ich hab schon den Kopf auf die Tür. Ich hab schon den Kopf Nummer,